Hallo, Hallöchen, Freunde! Yeah, heute geht's hier ganz famos weiter, denn Yoshi erzählt euch die famose Story, ja, Yoshi-Story, wie ich hier heute in Kapitel 4 im Piranha-Wald total verkacken werde. Ich hab nicht Lust, den letzten Wanda irgendwie groß zu failen oder so, dachte ich, dann machst du das lieber jetzt. Ich werd mich hüten, jetzt einen der guten Yoshis zu nehmen, ich nehm heute einfach mal... Hm, was halten wir denn mal wieder von gelb? Wir nehmen Banan-Yoshi! Wahoo, Yoshi! Die Map war ziemlich kacken, Assi, das will ich ganz ehrlich mal voraussagen, ich fand die ziemlich blöd. Aber die Mucke ist cool, ha ha ha! Jo, äh, wie, ich hab keine Eier, hallo! Was ist eigentlich das da für ein Penner? Öh! Der Untergrund leckt ein wenig, ha ha ha! Also die komischen Viecher sind mir erstmal sehr unsympathisch hier, muss ich ja mal sagen, ne? Ich brauche Eier, Freunde, sonst kann ich hier gar nichts mitnehmen. Das ist nicht so nice! Bam! Uuuuh! Ey, ich frag mich, was diese komischen Viecher machen, aber ich will's auch gar nicht erst ausprobieren. Äh, wenn's einer von euch weiß, ja, dann schreibt mir lieber einen Kommentar, weil ich tu mir das jetzt, äh, nicht an. Ich brauche Eier, die nehm ich mit, bam, bam. Dankeschön, hochfaller! Uuuh! Weg hier, weg hier, weg hier, dankeschön. So, da ist ein Mopsieber, komm her, danke. Also jetzt schon, die Map ist, äh, extrem, äh, stachelig. Uuuh, kackendreck! Weg! Äh, was zum, was zum Geier ist denn das? Ich hab alle meine Eier verloren! Und ich bin halb tot! Ähm, Freunde, das ist, äh, not so die Possibility grad, oder? Gut, ähm, dann weiß ich Bescheid. Ähm, ganz, ganz, ganz weit ausweichen. Ey, das ist ja übel. Gib mir mal Pließ eine Melone, dankeschön, Mann. Hier, du Pissnäcke! Dankeschön, Mann. Ka, Bounce, du bist tot! Ha, ha! Und du auch! Huch, dachte, der Ball fliegt durch, aber okay, dann halt nicht. Bounce, dankeschön, meins! Ah, Freunde, schon ist man voll. So geht's einem noch gleich viel, viel besser. Mjam! Dö, 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 Borg! Uah! Kann ich euch töten? Äh, krack! Haha, Baumfeld! Ha, 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 wie geil! Aber ich nehm nochmal Eier mit, Freunde, weil, ähm, wer weiß, wozu man die hier brauchen kann. Anscheinend werden einem die Eier hier sehr gerne geklaut. Naja, gut, dann werden wir heute ein bisschen eierlos in der Hose sein. Ha, 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 ha! Dö, Dö, Dö! Aber wir haben komischerweise die komische Röhrenmucke fällt mir auf. Hm, naja, das wird schon seinen Grund haben. Also jedenfalls habe ich die Map noch sehr, sehr assi in Erinnerung. Jetzt, äh, weiß ich, glaube ich, gerade auch wieder sowieso. Dum, 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 dum. Man vergreift sich nicht an den Eiern der Männer in der Hose. Das geht doch gar nicht. Das ist, äh, huch. Hallöchen, Kollege. Baumfeld! Pounce und du stirbst. Bist fähig. So, ich nehm mal an, das muss ich schieben. Äh, 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 äh. Du, du, gu, 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 oh. Schieb, Yoshi, schieb. Los, schneller. Du, du. Och, Mann, oh. Ach, da ist ein zweiter Block und Pounce. Baumfeld. Ha, ha, ha. Knacks. Ha, wie geil. Du, 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 du. Und Pounce und Pounce. Und, ähm, so, Freunde, jetzt einmal. Drei Eier haben wir noch. Gut, dann kann ich drei Eier aufladen. Jetzt warte ich erst mal, bis das da aus der Gefahrenzone ist. So, gut. Boah, kacke, Alter, wie geil ist das denn bitte? So, zack. Ähm, Eier aufladen? Äh, Eier aufladen. Dankeschön. Dum, 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 dum. Also, Freunde, alle mal einmal ordentlich fett mit rappen, yo, ey, yo, und so, ne? Ich bin nicht besonders gut und sowas. Ähm. Oh, du schon wieder. Geh weg, Mann. Hau ab, verpest dich. Blödes Mistvieh. Das geht mir auf den... So, Huck. Äh. Also, du bist mir sicher, wenn ich das abschieße, das Vieh. Ah, okay, Kombo. Ist zwar ein bisschen verspätet, aber... Mua. Uah. Na, komm her. Und... So, hier war was. Oh, Stufenfreunde, das ist ein guter. Dum, 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 dum. Ein Herz, Freunde. Dum, 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 dum. Mhm. Dum, 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 dum. So, was ist jetzt hier oben? Gar nichts, war? Oh, Eier, Freunde, schön. Ich liebe Eier. Eier muss man hier immer anscheinend eine ganze Mecke mithaben, weil man hier neuerdings mit, äh... Ah, das war doch irgendwie zu erwarten, oder? Das hätte ich doch eigentlich wissen müssen. So, ist hier noch irgendwas, was ich verpasst habe? Ich, äh, hab so ein ungutes Gefühl, irgendwie. Hier noch was? Nö. Ignoriert mal die Grafikfehler im Hintergrund, Freunde. Das ist, äh, alles, äh... Medi-Grafikfehler, ne? Das ist Hintergrundtechnisch. Das, äh, interessiert uns gar nicht, ähm... Ich bin hier spät nämlich im Vordergrund, die ich alles habe. Oh, du schon wieder. Fau uns, geh weg, Mann. Ah, jetzt ist er weg. Ich dachte schon, ich hätte noch so einen Flattern, aber das war das gleiche Vieh, was gerade stürt. Ah, nein. Honig-Malone. Honig-Malone. Gaum. Gaum-Miau. Oh, ist schön. Super. In hier. Ah, so, okay, so kommt man hier hoch. Das ist gut. Dann weiß ich Bescheid und kann, äh, jederzeit hier Eier-Einsnack. Das ist gut. Äh, ist hier noch was? Äh, ja, hier ist noch was. Oh, 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 oh. Eine Honig-Malone, Dankeschön. Dö, dö, boah. Also, ich weiß nicht, äh, man kann runterfallen, man wird verkleinert. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr meine Phobie gegen diese Map irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ah, geh weg. Nein, kackendreck, kackendreck, kackendreck. Ich hab alle meine Eier verloren, verdammt, Freunde. Nein. Äh, ich hab keine Eier in der Hose. Verdammt, geh weg. Äh, noch mal Eier aufladen, Freunde. Das muss sein. So, da sind wir wieder. So, gib mir mal die Platte und den Zecken und... So, wieder oben. Oh, schnell mal Eier aufladen. Ich brauch Eier. Huch, doch nicht abstürzen. Ihr blöden Eier. Bum, bum, du, 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 du. Zapp. Hui. Upsa, Lache. Irgendwo mal an, das wär nett. Du, du, Yoshi. Bum, 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 bum. Ach, das sieht ja hier schon wieder sehr kundenfreundlich aus. Uah. Das ist doch typische Berliner kundenfreundlich. Uah, fackendreck. Uh, das war jetzt aber knapp. Ähm, ich nehm, äh, warte mal, Freunde. Ich, ähm, ähm, hepp und bounce und danke fürs Ei und danke für drei Energy. Das musste jetzt sein. Warte mal, kann ich hier schnüffeln? Ah. Ein geiles Herz. Das nehm ich mit ohne Scherz. Dumm, beim Essen hat man Schmerz. Ha, ha, ha. Brauch ich nicht, Mann. Weiter los. Ich bin im Bauch. Ich mach euch, kleine Wichser, einfach platt. Bounce. Knacks. Ha, ha. Du, du, du. Ach, da geht's nach links. Geht's auch noch irgendwo. Du. Was, hier hast du schnüffeln? Nö. Dumm. Dumm, dumm. Oh, jetzt, Freunde. Pounce, Fatz und Scheiße. Das ist ja jetzt blöd gelaufen. So, hier, ein Ei geholt und das Ei kann das, den Spacken abblatt machen. Ähm, jetzt muss ich bloß gucken, wie krieg ich denn die Hornemelone hier wieder hin, Klimm bimmt. Yoshi, du, 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 da, da ist sie wieder. Meins Zeit, dankeschön. Meins. Freunde, ich werd mein Bestes geben, wie immer, ihr kennt mich. Ah, Klimm bimm Modus, Klimm bimm Modus, Klimm bimm Modus, Klimm bimm Modus. Oh, ah, Klimm bimm Modus. Nein. Oh, verdammt. Oh, 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 wo falle ich hier hin? Oh, herzkostbar. Ey, da ist eine Platte. Oh, Mann, oh. Oh, der Schalker ging mir gerade auf den Sack. Hätte ihn vorher umbringen müssen, sonst hätte ich jetzt da schöne Honigmunde rausquatschen können. Nein. Natürlich nicht. Warum sollte man noch manchmal Glück haben, ne? So, wo bist denn, du Spacken hier? Oh, wo bist du da? Hör dich doch. Ja, komm her. Na gut, dann halt nicht. Ah, da ist er, Freunde. Und schiup. Oh, scheiße. Vielleicht soll ich hier nicht leichtfertig Eier verschwenden. Das wäre ein bisschen blöd und so, ne? Oh, du schon wieder. Mano, geh weg. Pounce. Haha. Hast du dir gedacht, wa? Oh, nicht schon wieder. Boah, das war knapp, Freunde. Ich hab ihn schon gehört. Also ihr seht, ich setze jetzt auch auf Eier, nicht auf Punkt oder so. Das ist mir gerade völlig egal. Aha, danke. Geh weg, Mann. Pounce. Mitten ins Kreuz. Verdammt, Freunde, wo laufe ich hier? Nicht lang? Hier ist was. Und zwar in 90. Dankeschön. Das im Hintergrund klingt immer, als wenn einer irgendwie über eine Scheibe wischt oder so. Dieses Witt, 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 Witt. Ein Herz, Dankeschön. Eigentlich sollte man sich das aufheben, falls man mal Energy braucht. Irgendwo hier geht's ganz weit hin. Wie, da will ich anscheinend noch gar nicht hin. Oder auch doch. Ähm, ich geh nochmal nach oben. Vielleicht hab ich da jetzt irgendwie was verpennt oder so. Nee. Ha, Freunde, hier ist ne Vase. Meins. Du, 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 du. Hä? Wie, das Ding steht ja da. Das ist ja übel. Kriegt man das irgendwie weg? Bleiben die da einfach stehen? Also, ähm, ich bin mir mal an der Stelle etwas sicherer und schiesse die Viecher einfach ab. Wie hast du mit in sich, Kumpel? Da bist du da und Dich hab ich verhauen So, ist hier irgendwas Interessantes? Nö, scheint nicht so gut Dann gehen wir einfach mal weiter Was ist denn das hier? Verstehe ich nicht, was gibt's denn hier schönes? Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke Hier geh weg, du Baum Vielleicht sollte ich den Ball einfach mal runterrollen lassen Mahlzeit, dankeschön Geil, Freunde, ein Herz So, jetzt hibst du erstmal mitten ins Gesicht, Kollege Roll, Yoshi Los, roll weiter, Mann Ganz viele Münzen Eine Blume, Freunde, wie geil ist das denn? Oh, schon sind die Münzen weg Aber wir haben gut aufgeräumt irgendwie Und ich hoffe, der Ball ist jetzt nicht weg Weil ich wollte doch mal da oben ran Ball, komm mal her, dankeschön nochmal So, jetzt mal hier so Machen wir das mal ein bisschen cleaner hier Ha, cool, wie sich die Eier mitbewegen Immer so im Zick-Zack-Modus Tja, aber was für ein Thema Könnte ich heute wieder mit euch quatschen Wenn ich jetzt Yoshi zocke Ich meine, irgendeine Story muss man ja Eine Yoshi-Story mal bereit haben, wa? Und, und, ah, da sind die Münzen, Freunde Zack, 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 Dingens gedöhnt Und flop, meins Na gut, 13 Euro nicht mehr, noch haben wir schon Das ist ja wenigstens ein Trostpreis Okay, das könnte ein bisschen knapper werden Ne, gut, das wird's nicht Pounce mitten ins Gesicht, Mann Und durch Pounce mitten ins Gesicht Ich will gar nicht wissen, was die machen, Freunde Ich bin ganz ehrlich Na, komm mal her, Ei Dankeschön Und, äh, flup, danke Und, äh, flup, danke Und, ähm, flup, danke Mann, jetzt bin ich schon wieder heißer Das ist doch verletzend Ach, du Scheiße, Freunde Guckt euch das an Das ist aber nett hier unten Ah, geh weg, Mann Es hat ihn erledigt Ha, 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 ha Da bin ich froh drüber Boah, ich dachte schon Ich fall hier irgendwo runter oder so Punkte, Dankeschön Haha Diesmal hab ich ja genug Eier und so Und Energy hab ich auch voll Es scheint relativ gut zu laufen, muss ich ja ehrlich sein Hm Und, ähm Irgendwann würde ich aber vermutlich abstürzen Hab ich so das Gefühl, dass hier irgendwann mal Nicht mehr Stacheln unter mir sind Sondern, dass ich einfach abstürze und verrecke Nee, da anscheinend noch nicht Gut, dann, äh, rolle ich mal weiter Ach, du Scheiße, du schon wieder Ach, Treffer versenkt Boah Flipp Erstmal ein Abfeder Hör ich gerade ein Herz oder bin ich taub? Also, dann, äh, bin ich jetzt gerade ohrkrank Flipp Haha Das Geräusch ist cool Häää Oh Hm, in die Vase oder weiter, Freunde Das weiß ich jetzt ja gar nicht Ich nehm mal auf dem anderen Block Nehm ich jetzt mal ein Safe State, Freunde Und, äh, guck mal, was geht denn hier unten lang? Autsch, dodo, dodo, scheiße Mann, Freunde, warte mal Äh, geh mal einfach mal in die Vase rennen, wa? Du, 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 du Yoshi Ich kann mir nämlich nicht vorstellen Ah, das ist aber schön Guckt euch mal das an, Freunde Ähm, lasst mich raten Hier sind Bäume und da Ach, ne, ihr seid hier Na gut, dann mach ich dich mal weg und Dich mal weg und, ähm Mehr scheint hier nicht zu sein, gute Freunde Dann hab ich hier aufgeräumt Das ist, äh, äh, äh Immer das Cleverste, was man machen kann Einmal vorgucken Gucken, wie die Map aussieht Und wenn was zum Aufräumen da ist Dann pustet's einfach vorher weg Da, 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 da So, Freunde, let's go Da, 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 da Stapeltürmchen-Modus Und nachgeladen Und let's go Da ist schon auch das Ziel, Mann Oh, schön aufgetürmt So, Yoshi, ich würde sagen Itadakimasu Huch Ähm, Freunde Seit wann stürzen Ach Ich dachte schon Ich dachte schon, mein Emulator ist verkackt, Freunde Das wäre jetzt ein bisschen, äh, grenzwertig, oder? Weil er ist noch nie bei Yoshi's Story abgestutzt Das geht gar nicht Das ist ein Ein E, cool Ne, das ist eigentlich ein Widerspruch Das geht nicht Äh, bei Yoshi's Story ist er noch nie abgestutzt Nur bei Banjo 2 immer Crap, nun, schwut Na, schön in die Vase Und ich würde sagen Wir kommen da raus Ähm Ach, das ist, glaube ich, da Wo ich runtergesprungen bin, ne? Lass mich geraten Hier oben ist jetzt die andere Vase gewesen Ja, genau Boah, schön Eier sammeln Meine, 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 meine So ist hier was? Zum, äh, schnüffeln und so? Nö, schade Ach, du kacke, Freunde Ach, du kacke, Freunde Ach, du kacke, Freunde Pams, meins Uah Boah, wie kackenfies ist das denn, bitte? Ich könnte es versuchen Soll ich? Ich hab's geschafft Uah, nein, nicht abstürzen, Ball Mach mir mal den Typ hier aus dem Weg Und den da oben hoch Dankeschön Dankeschön Ich hab nur noch ein Eier, Freunde Also, wenn ich jetzt noch mehr Eier brauche Dann hab ich Arschkarte Oh, hier ist schon die vier, Freunde Ach, du kacke, das ist jetzt aber blöd Hm Was macht, Freunde Ich beam mich mal Ah, Swut Zu eins Weil, Mann Ich bin ja hier vorhin irgendwo an der Kreuzung So ein bisschen abgekommen Muss ich ja zugeben Da gehen es in zwei Wege Und ich wusste nicht, wo ich langen sollte Ich würde doch gern den anderen Weg noch erforschen Ich weiß, dann wird es wieder Überlänge paart Und ihr meckert dann wieder Hey, du nimmst aber ganz schön lange auf Und so Ja, seid froh Wenn ich sehe, so manche Let's Player laden immer noch zehn Minuten hoch Das ist, äh Hä? Huch Oh, das war so nicht beabsichtigt Du, du, Yoshi Du, da, dam, dim, du, dai Schnüffel? Nö Du, Schnüffel? Nö Swut, 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 swut Ich bin ja erstaunt, dass ich noch nicht gestorben bin Aber das ist ja jetzt echt mal Ich muss mich selbst loben Echt, Freunde Sonst sterbe ich hier regelmäßig einmal mindestens Das ist meine Pflicht in dieser Map Yoshi So, hier nach rechts ging es ja nämlich auch noch Oder? Ich weiß es nicht Aber ich war irgendwie der Meinung Ich hatte was verpasst Und wenn ich so ein Gefühl habe Dann ist das meistens richtig Ich weiß nicht warum Genau, hier lang Hier gab es Eier Gut, ähm Das ist jetzt nicht so berauschend Wo habe ich denn jetzt gedacht Ich komme aber vom Weg ab Ja, du Pisser wieder, wa? Jetzt bist du aber da und Ha, 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 ha Ähm, hm Hier war ich doch aber überall, oder? Hm Also ich war da links oben Und da rechts oben war ich Oh, oder? Hep, hep, Zapper, hey Yoshi Hep and Zapp, danke Hier war uns ein Klimbim Genau So, was hier schön ist Ah, das habe ich doch fast gerochen Und fast Eine Ohne, ich bin lohnt Dankeschön Cool Gibt es recht auch noch was? Nein Gut So, dann ist da die Vase Ey, da habe ich aber viele Honig-Milonen verpasst Freunde, wa? Hm Komische Sache, wa? Huch Und ich habe auch die Zwei gar nicht gefunden Fällt mir gerade Oh, habe ich die Zwei gefunden? Ähm, Freunde Was zum Geier Ich will die Zwei haben Also das sieht jetzt aus Habe ich echt die Zwei nicht? Das wäre ein bisschen übermies und so, ne? Crap und Swab Doch, ich habe die Zwei Ah, das wäre ein bisschen doof gewesen Hm Gut, Freunde, dann würde ich sagen Ey, was müssen wir denn essen? Einen Äpfel? Hm Gut, dann suchen wir uns ein paar Äpfel, Freunde Oh, da haben wir schon mal den ersten Oh, ein Apfel Hallöchen, Mr. Apfel Mann, Mist Verdammte Scheiße Da ist ein Apfel Abgestürzt Yoshi Ich könnte auch Bananen essen, aber dann würde ich jetzt mal in der Reihe unterbrechen Und da habe ich keine Lust drauf Ich bin ja da penibel bei sowas, muss ich ja ehrlich zugeben Ich bin doch dann so ein Mensch, der baut denn in Minecraft ebenfalls symmetrisch Das kann ich nur, Gronkh, ja, das kann ich auch Ach, das ist voll ätzend Das ist der Drang der halben Perfektion Ich weiß nicht, wie man das nennt Und zack Gibt es hier nochmal Äpfel Das sieht aus wie ein Apfel Zack Meins Drei fehlen aber noch Ist ja jetzt ein bisschen doof Apfel Tasche Kommt, jeder mag doch Apfeltaschen, Freunde, oder? Ja, das ist doch... Huch, jetzt darf ich hier nicht irgendwo abstürzen Äh, ich muss gucken, wo darf ich denn hier hinfallen Das war zu tief, oder? Ne, boah, doch, ich glaube, das war aber wirklich zu tief Zack Ähm, Apfeltasche, 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 Apfeltasche... Guck, ich brauche noch eins Ich weiß, ich laufe hier gerade rum wie Falschgeld, aber naja, Yoshi ist ja Falschgeld, ne? Oh, noch ein Apfel, Freunde Mahlzeit, dankeschön Huh, hm, komisch, hab ich die vorhin übersehen Ich bin noch hier langgelaufen von einer 2 aus Seltsam Naja, vielleicht war es ja der fliegende Apfel von, ähm, dem Typ, der da abgestürzt ist Huch Ein Apfel noch, Freunde, ein Apfel noch Schnell, ein Apfel finde ich noch So, mal wieder nach links gehen Ach, schön mal, so ein Videoübergang von Windows Movie Maker Einmal Seiten umblättern Du, 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 Yoshi Gib mir einen Apfel, Mann Ich will keine Traube, ich will keine Banane Ich will einen Apfel, meins Okay, das sind jetzt nicht so viele Honigmelonen wie gedacht Aber okay Boah, ist das immer laut Ist ja übel, Freunde So, ich würde sagen, das war's wieder mal Für das komische Dschungel-Dingens-Gedöns-Plateau Ich weiß gar nicht, wie ist denn die Map gerade? Ähm, naja Das Dschungel-Chaos-Dingens Hier mit Pflanze und so, ne Ihr wisst ja, was ich meine, Freunde Peinlich, Mann Name vergessen So, was? 19.000? Schade, ich glaube, wir haben über 20.000 Na gut, Freunde, also ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder mal Wie immer im nächsten Part, ihr kennt das ja schon Bis dahin würde ich sagen, wie immer, ey, kennt das Macht's gut, haut da rein und ciao Ne? Achso, ja, genau Ne, das musst du jetzt nicht sehen Also, wie gesagt, bis zum Kapitel 5, ciao